Das waren mal Reticulozyten. Und die dürfen jetzt nicht sichtbar sein. Ein paar Reticulozyten können da ja mal auftauchen. Die sind ja nur so bei 1% oder irgendwas. Aber wenn man hier sieht, 1, 2, 3, 4, 4 Stück, 5 Stück, 6 Stück, auf so einen kleinen Ausschnitt schon. Das heißt ja im Prinzip, dass mir hier, da ist schon wieder ein Reticulozyt. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja, das heißt also, hier sind eigentlich zu viele Reticulozyten da. Und zu viele Reticulozyten habe ich ja dann, wenn mir die alten roten Blutkörperchen vorzeitig zugrunde gehen. Das heißt also, wenn die normale Lebensspanne eines Erries hier nicht 90 bis 120 Tage beträgt, sondern die Lebensspanne vielleicht nur 80 Tage beträgt von einem Erri, dann müssen mehr Erries nachgebildet werden. Und jetzt geht die Anzahl der Reticulozyten hoch. Ja, so, das haben wir wieder dann, wenn die, wenn die Erries instabil sind und vorzeitig kaputt gehen, weil die Leber ein Problem hat. Das hätten wir aber auch dann, wenn irgendwo halt Erries verloren gehen. Also jetzt beispielsweise bei einer chronischen Blutung. Wenn ich sowas irgendwie im Organismus hätte, dann hätte ich auch die Situation, dass es jetzt zu vermehrten Reticulozyten kommt. So, aber das Lustige ist halt, dass die Reticulozyten, die können wir unter dem Mikroskop erst dann erkennen, wenn die im Auflösungsprozess sind. Ja, woher nicht. Das heißt, leider nein. Das heißt, solange der noch so aussieht wie der, kann ich da nicht reinschauen. Ja, dann kann man. Aber wenn der so aufgelöst ist, hier, pling, weg. Ja, so, ne? Wenn der sich hier so schön auflöst, ja, und dann nur noch Reste da sind von dem Erri, dann kann man hier innen drin diese Gitterstruktur sehen, ja, die ihn als Reticulozyt klassifiziert. Würde ich nicht jetzt erkennen können. Ich sehe da keine Gitterstruktur. Ich sehe da nur Striche. Ja, diese Striche sind die Gitter. Das ist ein Dreieck. Das ist nicht nur ein Dreieck. Da ist ein Strichchen drunter, da ist da oben noch ein kleines Strichchen. Und ich denke jetzt an Currygitter. Sowas sehe ich nicht. So. Okay. Also mehr Licht kriege ich da jetzt gar nicht rein. Ja. Das ist schon Maximum ein Licht. Aber erstaunlich viele Thrombozyten. Ja, ne? Und Makropotite. Ich kann noch mal gucken, ob ich da noch mal näher rankomme. Ne, bringt uns nichts, weil dann wird es nur dunkler. So. Ja. Ne? So, also es geht um diese runden Objekte und die haben diese Striche innen drin. Ja. Ne? Ja. Okay. Also welche Diagnose ist jetzt dann zulässig, wenn Sie das sehen? Na ja, ich sage mal so, in den dünnen Tropfen Blut kommen die Entzündungszeichen mehr raus, als im normalen Tropfen Blut. Also Reticulozyten. In den dünnen Tropfen Blut kommen die Leberzeichen dramatischer raus, als in einem dickeren Tropfen Blut. Reticulozyten zählen also zu den Entzündungsmarkern im Blut. Wäre etwas, was wir auch gerne für Gesellschaftung damit finden könnten. Richtig. Könnten. So, nicht müssen. Könnten. Ähm, gut. Ähm, ja. Äh, also wie gesagt, Diese, diese Artefakte kommen jetzt bei dem zu dünn abgenommenen Tropfen Blut automatisch mehr ans Tageslicht. Ne? So. Umgekehrt, äh, je vereinzelter die roten Blutkörperchen sind, desto später setzt die Gerinnung ein. Ja? Das heißt also, die Fibrinfilamente, die wir jetzt hier drin gesehen haben, ja, sind ja eigentlich noch relativ wenig, wenn man so will. Ja. So, ne? Ähm, ja. Ähm, äh, äh, weil das Blut zu dünn ist, deswegen gerinnt es jetzt gar nicht so schnell, ja, als wenn wir uns jetzt dann mal zum Vergleich den dicker abgenommenen Tropfen Blut ansehen. Haben Sie den auch da drauf? Na, den machen wir jetzt da drauf. So, ne? Das heißt also, das tun wir jetzt erst einmal weg, das Dünne, so. Also, wenn wir jetzt den dickeren Tropfen als einen Vergleich nehmen zur letzten Blutuntersuchung, dann könnte ich ja, ähm... Wollen wir klar sehen. So. Also, ne? Jetzt haben wir den dickeren Tropfen Blut. Ja. So. Und jetzt gucken wir uns den wieder an. Jetzt haben wir die Beleuchtung erstmal wieder runter. So, dann kommen wir da wieder näher ran. Flop, flop, flop. Da sind wir schon. Ja, so. Und jetzt gucken wir uns den mal an, ja? Ja, der zu dick abgenommene Tropfen Blut ist logisch voller Geldrollen. Ja? Ähm, das heißt also, ne? Habe ich zu viel Blut unter dem Deckglas, nagern sich die roten Blutkörperchen automatisch in diesem Geldroll-Phänomen aneinander. Ja? So. Hier haben wir wieder unsere Darmluftblase. Ja? Die ist natürlich da drin. Nur dadurch, dass die Probe jetzt dicker ist, ist die Luftblase mehr so. Ja? Die ist dann mehr kugelig. Ja? So. Ja? Ist die Probe dünner, ist natürlich auch die Luftblase flächiger. Ja. Ja? So, okay. Ähm, aber wir sehen, wir sehen trotzdem wieder, da ist noch ein Darmproblem halt. So, da haben wir wieder, da haben wir eine große Luftblase hier. Ja? Gut. An den Rändern halt nicht so schön ausgestülpt. Ja. Wie jetzt bei den zu klein abgenommenen Tropfen Blut, da hat man es extremer gesehen. Ja? Weil das Ding halt insgesamt jetzt eine andere Spannung hat in der dicken Probe. Gehen Sie jetzt bei der Analyse? Gehen Sie dann von innen nach außen oder von außen nach innen? Das ist mir ziemlich egal. Ist egal. Es ist wichtig, dass ich mir alles angucke. Also, wenn Sie den Rand betrachten, sehen Sie dann, ob der rot ist? Das können wir dann nochmal gucken. So. Jetzt geht mir das erste Mal nochmal darum, egal wo ich hier drin rumdrehe, überall Geldrollen. Ja? Weil die Probe zu dick ist. Ja? Und deswegen habe ich jetzt hier überall diese Geldrollen. Das ist ja Mist, dann kann ich das ja gar nicht vergleichen. Ja? Das ist das, ne? Dann geht man das von gestern zum Vergleich. Ja. Es geht ja jetzt mal generell halt. Es geht jetzt einfach mal generell, dass man sieht, was passiert, wenn. So. Und jetzt gehen wir doch hier mal eine Stufe tiefer, gehen wir mal in die 400-fache Vergrößerung, gucken wir uns das an. So. Aber wir sind jetzt bei den Fehlern, die gemacht werden können. Ja. Und wie viele Fibrinfilamente haben wir jetzt? Ja, eine Masse. Ja, so. Das heißt also, stehendes Blut fängt an zu gerinnen. Und wenn ich hier jetzt halt zu viel Blut unter dem Deckglas habe, dann setzt das automatisch die Gerinnung wesentlich dramatischer ein, als in dem zu dünn abgenommenen Tropfenblut. Das sind alles Entnahmefehler. Richtig, richtig, richtig. Und die muss man kennen. Die muss man einfach kennen. So. Natürlich könnte man jetzt auch hergehen und könnte einfach sagen, dann nehme ich jetzt in Zukunft immer drei Tropfen Blut ab. Ich mache einen dünnen Tropfen, ich mache einen mittleren Tropfen, ich mache einen dicken Tropfen. Und ich gucke mir alle drei Tropfen an und bewerte alle drei Tropfen. Dann hätte ich wahrscheinlich diesen Entnahmefehler ausgeglichen. Den Tropfen... Wäre eine lustige Idee. Ja. Aber wenn ich jetzt es gleich richtig machen möchte... Dann brauche ich diesen mittleren Tropfen Blut. Wie groß muss der sein? So. Ich gehe mit dem Deckglas in den Tropfen rein, nicht bis auf die Haut, sondern dann zerdrücke ich die Zelle. Ich gehe mit dem Deckglas in den Tropfen rein, sodass ich dann einen hängenden Tropfen Blut an dem Deckglas habe, mit einem Durchmesser von ungefähr so 1,5 Millimeter. 1,5 Millimeter. So ungefähr ist so der Schnitt. Also der Tropfen auf der Fingerbeere, der ist unerheblich, wie dick der ist. Das, was ich mit dem Deckglas davon entnehme, das ist ausschlaggebend. Richtig, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ich mit dem Deckglas da reingehe, dann ist ja, je tiefer ich gehe, desto breiter wird es am Deckglas. Also nur ganz eben so dran, dass ich halt wirklich diese 1,5 Millimeter ungefähr habe. Und dann habe ich auch ungefähr, dadurch, dass das ein hängender Tropfen ist an dem Deckglas, auch ungefähr immer dieselbe Menge an Blut. So habe ich mir das aber gedacht, dass das ausreichen würde vorhin mit dem bisschen, was ich da hatte gesagt, der ist zu klein. Ja, der war zu klein. So, also wir sehen, egal wo ich dahin drehe, massiv Vibridfilament im Hintergrund. Okay, jetzt haben wir die Beleuchtung wieder runter. Ja, und das braucht halt eben auch Übung. Ja, und dieser Tropfen darf sich oder muss sich dann über das gesamte Feld ausbreiten. Ja, eigentlich nicht. Also das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Also habe ich ein Leberproblem, wird das Blut fließen wie Wasser und dann geht das immer bis zu den Rändern. Egal, ob es zwei oder ein Milliliter ist. Richtig, genau. Ja, egal wie viel Blut das ist. Hat das Blut eine anständige Oberflächenspannung, wird es nicht bis zu den Rändern komplett hinlaufen. Alle Ränder. Und wenn ich jetzt normal abgenommenen Tropfen Blut habe, dann hat es von mir aus an 1, 2 Rändern halt mal ein bisschen Randschluss. Das ist halt nun mal so. Das kann man schlecht verhindern. Da müsstest du den Tropfen so klein machen, dass er keinen Randschluss hat und dann wäre er schon wieder zu klein. Also das wäre auch wieder Quatsch. Also wenn das so an 2 Rändern einen Randschluss hat, ist das okay. Wenn es an allen 4 Rändern einen Randschluss hat, ist entweder das Blut zu dünnflüssig oder ich habe zu viel Blut abgenommen. Okay. Also das wäre so... Gut. Gut, dann schauen wir mal weiter. Das sieht ja verheerend aus im Gegensatz zu gestern. Das ist jetzt zu dick. Ja. So, aber trotzdem haben wir wieder gesehen. Wir haben wieder gesehen den Darm. Wir haben trotzdem wieder gesehen Fibrinfilamente, klar. War jetzt hier auch ein Leberfeld sichtbar? Moment, jetzt will ich erst noch was anderes hinaus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leukozyten auf einen Ausschnitt. Bitte noch. Ja, ne? Also, auch in dem zu dick abgenommenen Tropfen Blut finde ich immer noch zu viele Leukos. Ja? Ja. Ich muss bloß genauer hingucken, weil manchmal liegen die Leukos halt eben auch unter den Eris. Ja? Wenn das zu dick abgenommen ist. Ne? Und dann fallen mir die Leukos vielleicht gar nicht so gleich auf. Ja. Ja? So. Aber das Verhältnis Eris zu Leukos stimmt natürlich auch im zu dick abgenommenen Tropfen Blut nicht. Ja? Also, da macht es jetzt nicht so, nur dieses Entzündungszeichen kam halt in dem zu dünn abgenommenen Tropfen Blut viel dramatischer rüber, ja? Weil wir dann große Felder eben hatten mit vielen und dann halt eben auch abgestorbenen Leukos, weil die halt eben ausgekühlt sind, dadurch, dass die Probe zu dünn war. Die leben noch alle jetzt. Aber wir haben bisher noch keine Lymphozyten oder Monozyten gesehen. Komm mal noch. Ja, also wie gesagt, die hier, die leben alle noch. Das heißt also, wenn wir da jetzt näher herangehen, natürlich sind die Leukos jetzt kugeliger geformt, so, weil sie ja die Probe dicker ist. und das heißt, wenn sie kugelig sind, kann ich diese amöboide Bewegung nicht so schön sehen, wie wenn sie flächig am Boden liegen. So, aber trotzdem sehe ich hier innen drin, der bewegt sich, der arbeitet, der schafft, was in der zu dünnen Probe nicht der Fall war. In der zu dünnen Probe waren die mit einem Schlag alle tot. So, und das ist halt das Problem, wenn die Blutstropfengröße hinhaut. So, dann will ich jetzt hier drin mal auf die Suche gehen, wobei natürlich in den zu dicken Tropfen jetzt nach Lymphozyten und Monos zu suchen schwieriger ist, als in einem, ja genau, weil die sich halt eben dann auch unter den Arries dann mal verdrücken. So, also hier haben wir einen Lymphozyten. Das ist ein Lympho. So, gehen wir eine Stufe näher. Stopp, das war schon näher. So. Der Lymphozyt hat doch den Kern ganz groß. Richtig. Im Gegensatz zu Mono, hat Herz- oder Nierenförmiges Segment. Exakt. Aber den würde ich jetzt gar nicht als Lymphozyt, doch, da füllt das ganz raus. So, jetzt, wenn die Beleuchtung runterfahren, dann kann man das schöner sehen. den leuchtenden Punkt haben, die haben zwischen 0 bis 5 dieser leuchtenden Punkte. So, und jetzt ist das ein alter Lymphozyt. Woran kann ich jetzt erkennen, dass das ein alter Lymphozyt ist? Weil diese leuchtenden Punkte sind so groß. Na, das sehe ich daran, dass zwischen Kernmembran und Zellmembran nur ein ganz geringer Abstand existiert. Das Ding ist ja fast nur Kern. Ja. Das heißt, wenn ich so ein bisschen da hin und her jongliere, dann kann man jetzt sehen, dass die äußere Membran ist da und die innere Membran ist so ein Millimeter nebendran. Ja. Und wenn ich ins Mikroskop schaue, dann kann man auch sehen, ja, dass die äußere Membran sich nicht richtig darstellt. Die ist wie so ein bisschen verschwommen. Das heißt also mit anderen Worten, die ist aufgeraut, die ist aufgefranzelt. Und daran sieht man auch wieder, dass das ein alter Lymphozyt ist. Wenn das ein junger Lymphozyt wäre, dann kann das sein, dass die Zellmembran hier außenrum liegt. So weit außen entfernt kann die Zellmembran sein. Würde der sich dann bewegen? Lymphozyten bewegen sich auch wie die Granulozyten. Die haben auch eine amyboide Bewegung. Nur die neutrophilen Granulozyten, das sind die ersten Abfangjäger an der Front. Die müssen sofort am Einsatzgebiet sein. Das heißt, die sind am schnellsten. Das zweitschnellste sind die eosinophilen Granulozyten. Die eosinophilen Granulozyten, das ist so die Müllabfuhr im Blut. Müllabfuhr hat ein bisschen mehr Zeit. Die erste Abwehrtruppe ist das Entscheidende. Und dann kommen Monozyten und Lymphozyten in ihrer Bewegungsfähigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Monozyten oder Lymphozyten, wenn wir uns die über Stunden anschauen, Stunden, dann können wir auf einmal sehen, ach, der ist ja ein Zentimeter darüber gewandert. Stunden. Und deswegen hat man immer so das Gefühl, die hätten keine Bewegung, aber das stimmt nicht. Die bewegen sich auch vorwärts, aber halt eben im Schneckentempo. Und jetzt ist bei dem Lymphozyten hier halt eben interessant, also innen drin die Chromatinverteilung ist schön gleichmäßig, das ist okay, das ist wunderbar, deswegen ist der manchmal so ein bisschen dunkler, mal ein bisschen heller, das hat was mit dem internen Aufbau dieses Kerns zu tun, aber was interessant ist, da sind zwei dieser Zellorganellen drin, es gibt oder besser gesagt drei, da oben nehme ich noch so einen kleinen Punkt, es gibt bis heute keine Lebenddifferenzierung von Lymphozyten, das heißt also wir können jetzt nicht anhand dieser Punkte sagen, das ist ein B-Lymphozyten, T-Lymphozyten, eine Helferzelle, eine Suppressorzelle, eine Memoryzelle oder weiß der Kuckuck was, die haben halt je nach Aufgabe andere Zellorganellen und deswegen haben die Lymphozyten auch manchmal wie so wolkenartige Strukturen da drin, daneben ist ja auch irgendwie so ein bisschen was wolkiges da drin, also die haben halt immer ein bisschen ein anderes Aussehen je nach Unterart von Lymphozyt um was es sich halt handelt so man sieht jetzt dass die Organellen einen größeren Abstand haben ja genau die haben sich jetzt ein bisschen hin und her bewegt daran sehen wir wieder der Lympho arbeitet der lebt der lebt gut aber diese hellleuchtenden Punkte diese hellleuchtenden Punkte die sind zu fett die sind zu groß sind das Eiweißstrukturen das sind irgendwelche Zellorganellen das sind jetzt Organe der Zelle aber diese Zellorganellen sind normalerweise diese Punkte sind nur halb so groß werden sogar nur ein drittel so groß also eigentlich so groß wie der eine der sich gerade so darunter bewegt heißt dass das lymphatische system ist sehr belastet das hat jetzt auf jeden fall irgendwie ein problem das hören sie heute morgen an meiner stimme ich habe das gestern abend mal so gemacht wie sie das gesagt haben ganz also etwas mehr in das linke nasen das heißt die verschleimung hat linksseitig zugenommen wie soll ich das jetzt definieren dadurch dass der weg geöffnet wurde ist die schleimhaut hat mehr abgesondert und gibt das in den rachen bereich rein ist das eine richtige definition was macht so es müsste es ist so schwer zu rauszufinden also ich meine es ist ein ticken klarer das ist aber aber kommen wir erst mal wieder zu dem zurück das kann ja also wie gesagt diese pünktchen die haben nur so groß zu sein wie das eine randständige da dieses kleine pünktchen da so groß haben die zellorganellen normalerweise zu sein und die beiden zellorganellen sind viel zu fett und das nächste ist die leuchten auch grün die sind grün wofür ist das ein zeichen das grüne das also es gibt labore die bestimmen intra lymphozytere schwermetalle die bestimmen die schwermetalle aus den lymphozyten heraus so wir können sehen da ist was eingelagert an diese zellorganellen und dann sind die fetter und dann leuchten die lustigerweise grün im lymphatischen system was es jetzt für schwermetalle sind können wir nicht sagen das kann sein dass das quecksilber ist aus zahnfüllungen das kann aber auch sein dass das kupfer eisen blei naja quecksilber hat einen menschlichen körper in halbwertszeit von 39 jahren 39 jahren späte da das heißt da lagern sie schwermetalle nur an lymphozyten an da können wir sie sehen es kann sein dass die sonst wo sind aber da können wir sie sehen so das kann aber auch eisen blei kupfer sein aus wasserleitungen das kann das kadmium sein vom zigaretten rauchen das kann ja also es gibt eine ganze menge unterschiedliche blei aus haarfärbemitteln ja also es gibt eine ganze menge unterschiedlicher schwermetall quellen brauche ich nicht und das ist mir geht es nur darum dass man eben nicht nur schwermetalle ist gleich quecksilber so weil es ja häufig so gemacht ja im bodyscan kommt das in erster linie heute raus quecksilber und blei zeigt sich bei jedem ja mehr oder weniger das ist halt die frage habe ich da einen 20 jährigen der in seinem leben noch keine amalgam füllung drin hatte dann wird das ding auch kein quecksilber bei dem anzeigen doch hat der lehren ist 19 ja hat trotzdem blei und quecksilber angezeigt der hat keine amalgam füllung also mir sind auch schon mal leuchtstoff röhren kaputt gegangen die energiespar lampen die ja dann lustiger weise quecksilber dampflampen sind und danach hatte ich nämlich den quecksilber dampf dann im terrarium also es kann natürlich auch solche quellen geben also immer im bereich des möglichen aber so an sich klar jeder der jetzt momentan 40 50 ist hatte in seinem leben amalgam füllungen drin ja so und logischerweise zeigt es dann bei all diesen kandidaten quecksilber an bei einer halbwertszeit von 39 also schwermetall ausleitung derivatio zum beispiel weiß auch immer ja gut wobei halt wie gesagt schwermetall ausleitung ist natürlich schon so ein hexenwerk wie leiten sie das aus naja schwierig also brosanatox zum beispiel von tiso ist ihre lieblings firma aus alavita also wie gesagt rosanatox werde halt so ein präparat ja aber ich habe gestern bei tiso nachgeguckt ich wollte ein basisches präparat haben die haben aber auch natrium mit drin und das gehört ja eigentlich in einen entsäuerung präparat gar nicht rein habe ich auch nicht verstanden ja ich nehme auch nicht alle präparate von tiso es ist nicht so dass ich da von allen präparaten wenn sie den menschen wenn sie herausfinden dass der mensch zu sauer ist was geben sie für basische präparate welche labita obst und gemüse konzentrat ohne etwas anders noch an spuren elementen oder magnesium kalzium verbindungen zitrate nein der hat jetzt eine hellleuchtende zellorganelle wäre wäre jetzt also ein anderer lymphozyten typ aber was ist jetzt für ein typ das wissen wir natürlich nicht aber auch die ist zu fett und grün so farbe grün nochmal schwermetalle ja gut jetzt muss ich noch ein bisschen in die übersicht ich glaube es ist genug sie brauchen nicht mehr suchen das reicht mir die monozyten fehlen wir noch ok wobei die hier drin schwer zu finden sind weil oben zu dick das heißt wenn wir hier wieder schauen da sehen wir schon bei der 400-fachen vergrößerung wieder lympho die lymphos kann man schön finden das ist ok aber ich gehe jetzt nochmal rüber auf diesen dünneren tropfen blut das heißt also den tun wir jetzt wieder weg und dann nehmen wir doch jetzt mal spaßenshalber wieder den gehen dann den alten alten so einmal angetockt so dann gehen wir wieder 100-fachen vergrößerung so Flop, da sind wir wieder, so, und jetzt brauche ich wieder die 400-Tage-Vergrößerung, so, und jetzt gehen wir hier mal zu, weil da ist nämlich jetzt alles schön einzeln, so, und das hier ist jetzt schon ein interessanter Kamerad, so, der hier, ja, man sieht jetzt hier, also A ist ja schon mal größer als der Lymphozyt, den wir vorhin gesehen haben, ja, die Lymphozyten waren ungefähr so groß wie die Eris, ne, der Kern, ne, hier ist der Kern wesentlich größer, ne, also das ist jetzt ein Mono, wo hat der denn jetzt die herz- oder nierenförmige Segment? So, das ist jetzt gerade das Problem, ja, dass man bei dem das gar nicht so gescheit sehen kann, das heißt, der hat hier eigentlich mehr so wie so ein Ei hier innen drin, ne, dieses Kernsegment, aber er hat hier vorne raus so verschiedene Zellorganellen, die sich auch da drin bewegen, wenn man da genau hinsieht, sieht man da auch so ein bisschen Bewegung hier vorne drin, in dem Bereich, und der Zellleib geht bis hier her, ja, da hinten liegt er ziemlich dicht an, da ist Kernmembran, fast Zellmembran, aber da vorne geht so richtig so ein Bauch raus, und da sind hier vorne drin, wie so feine Tentakelchen, die sich auch da drin bewegen, in der Zelle, ja, und dieser hell leuchtende grüne Punkt ist hier vorne drin, in dem Bereich. Auch wieder Schwermetallzeichen? Ja. Ja. Also die grünen Punkte sind, geht es bei Lymphozyten und Monozyten, ja. Ne, so, aber das wäre jetzt so ein klassischer Monozyt, so, ne, also bei dem Lymphozyt ist die Kernmembran um die Zellmembran herum, das ist jetzt wieder Lymphozyt, ne? Können Sie die Farbe bitte mal rausnehmen, ob ich das auch ohne Farbe in meinem Mikroskop als grün sehen kann? Farbe raus? Ja. Wie nehme ich Farbe raus? Ich kann höchstens hier die Farbe, ne, das ist die Helligkeit. Das ist ziemlich neutral eingestellt, bei mir schimmern die nicht lila, die eher ist. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Ob ich das bei normalem, neutralem Licht, sehe ich es nicht grün. Das ist jetzt Schwarz-Weiß-Darstellung, das ist halt, ne, so, sobald ich ein bisschen Farbe reindrehe, ist das Grün schon da. Ja, ich mache halt immer extrem viel Farbe rein, ne, so, aber jetzt hier wieder zu dem Lymphozyt, ne, hier ist die Kernmembran und Zellmembran überall mehr oder weniger derselbe Abstand. Ja. Ja, der Kern ist rund, ne, so, gut, das ist jetzt auch ein ausgefranster alter Lympho und so, ja, aber, aber an sich, ne, der, der sieht rundherum gleich aus, nur da halt ist jetzt diese hellleuchte Zellorganelle, ne, wohingegen der Monozyt, der hatte den Kern doch mehr auf der einen Seite gelagert und hatte dann vorne raus diesen Bauch, ne, so. Ich könnte das nicht unterscheiden. Das können wir Sie als Fachmann. Herr Rinde, machen Sie jetzt bitte Schluss, das reicht mir, das reicht mir. Ich habe jetzt beide Zellarten gesehen und das reicht mir aus. Ich möchte eher noch mit Ihnen über den Ausweis sprechen. Ja. Wenn wir das noch ganz kurz machen können. Ja. Bei Ebay haben Sie gesagt und über so ein, ähm, 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 na, was ist das hier? Über eine DVD vom Dunkelfeld, so ein Leerfeld. So, hier nochmal zum Abschluss. Der, der zählt.